Ein gefährliches Spiel. Manchmal sogar eines auf Leben und Tod. Doch wir spielen gegen einen unsichtbaren Feind. Welcher Zug wird ihn am Ende Schachmatt setzen? Wir haben Angst, das Spiel gegen den unsichtbaren Gegner zu verlieren. Und dafür gibt es auch Gründe. Hinter mir sehen Sie das Diagramm aller Todesfälle aus 24 europäischen Ländern der letzten vier Jahre. Man sieht die Grippewelle 2017, man sieht die Grippewelle 2018, man sieht die Grippewelle 2019 und man sieht auch den Corona-Tsunami aus dem Jahr 2020. Ich würde sagen, kein Kommentar nötig. SARS-Coronavirus-2 hat die Welt im Griff und hält sie im wahrsten Sinne des Wortes in Atem. Aber wie lange dauert es noch? Wann kommen wir wieder raus aus dieser bleiernden Zeit? Raus, raus, raus! Und gleich, das rufen die einen, die anderen warnen davon, Gottes Willen, jetzt noch nicht, wir müssen noch warten. Es wird so viel argumentiert, gemeint, behauptet, gepostet und getwittert, dass einem der Kopf schwirrt. Dabei ist noch nicht mal der Ursprung des Virus klar. Kommt er aus der Natur oder kommt er aus dem Labor? Die chinesische Metropole Wuhan. Von hier nahm die Pandemie ihren Ausgang. Machte das Virus von Fledertieren den entscheidenden Sprung zum Menschen? Oder vom Pangolin? Nichts ist derzeit bewiesen. Diese Unsicherheit ist der Nährboden für Spekulationen. Manche glauben an einen Laborunfall. Andere an eine geheime Biowaffe. Auslöser dieser Theorien? Ein Internet-Text zweier chinesischer Wissenschaftler. Darin beschreiben sie, warum sie einen Laborunfall für wahrscheinlich halten. SARS-CoV-2 stammen nicht, wie allgemein angenommen, von einem Tiermarkt. Denn nur ein Teil der ersten Patienten habe eine Verbindung dorthin gehabt. Und nur in Fledertieren habe man das Virus mit der größten genetischen Übereinstimmung zu SARS-CoV-2 bislang gefunden. Viele hundert Kilometer von Wuhan entfernt. Als Quelle im Verdacht ein Hochsicherheitslabor. Nicht weit vom Markt entfernt. Und tatsächlich forscht man am Wuhan Institute of Virology an sehr gefährlichen Keimen. Insbesondere an Corona-Viren, die in Fledertieren in vielen Regionen Chinas vorkommen. Seit Jahren sammeln Mitarbeiter des Instituts im ganzen Land Blut- und Gewebeproben dieser Tiere. Ihr Ziel, neue, bisher unbekannte Viren zu entdecken. Hunderte dieser Proben haben sie bereits in ihr Labor geschafft und untersucht. Hier lagert die größte Virensammlung Asiens. Über 1000 verschiedener Stämme. Doch die Forscher haben Viren nicht nur studiert, sie haben auch neue, für den Menschen gefährliche Pathogene erschaffen. Dafür nutzten sie etwa solche Corona-Viren, die nicht in menschliche Zellen einbringen konnten. Im Labor tauschten sie Teile des Erbguts mit dem anderer Viren. Dadurch erschufen sie Corona-Viren mit neuen Oberflächenstrukturen. Diese Viren konnten nun in menschliche Zellen eindringen. So entstanden Viren, die erst durch die Wissenschaftler gefährlich wurden. Wegen dieser Forschung glauben manche, sei SARS-CoV-2 ein Super-Erreger, erschaffen in einem Labor in Wuhan. Fakt ist, diese Art der Forschung, die Viren im Labor künstlich gefährlicher macht, gibt es überall auf der Welt. Grundlagenforschung, mit deren Hilfe man die Gefährlichkeit natürlicher Mutationen besser begreifen möchte. Ist der Verdacht damit entkräftet? US-Wissenschaftler haben die Erbsubstanz von SARS-CoV-2 genau untersucht. Man kennt die RNA vieler Viren. Und man kennt Abschnitte, die für besonders gefährliche Oberflächenproteine verantwortlich sind. Würde jemand ein Super-Virus als Bio-Waffe erschaffen wollen, würde er einen solchen Abschnitt einbauen. Aber bei SARS-CoV-2 ist der verantwortliche RNA-Abschnitt ganz anders als alle, die man bisher von gefährlichen Viren kannte. Es muss sich also um eine neue, eine natürliche Mutation handeln. SARS-CoV-2 ist also keine Bio-Waffe. Aber was spricht dagegen, dass ein gefährliches, natürliches Virus aus dem chinesischen Labor ausgebrochen sein könnte? Die Wahrscheinlichkeit. Denn die Liste der von Tieren auf den Menschen übertragenen Viren ist lang. Ein Beispiel, das Hunter-Virus, übertragen durch Nager. Oder HIV und Ebola durch Affen. Und auch Influenza oder das Coronavirus MERS. Kein zuvor unbekanntes und dann beim Menschen entdecktes Virus kam jemals aus einem Labor. Trotz aller Spekulationen ist der Markt von Wuhan, auf dem die unterschiedlichsten Tiere gehandelt wurden und wo ein Großteil der ersten Patienten als Händler arbeitete, als Ursprung der Pandemie am wahrscheinlichsten. Ein Laborunfall lässt sich bisher noch nicht vollständig ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Ein Beispiel für die vielen Ungewissheiten in dieser Krise. Was Besseres als diese Unsicherheit konnte den Weltuntergangsverschwörern ja nicht passieren. Denken Sie nur an die abgefackelten Telefonmasten in Großbritannien. Die Attentäter dort sind überzeugt, dass hinter dem Coronavirus die 5G-Technik steckt. Und sie beschädigen das so dringend notwendige Kommunikationsnetz für die Rettungssanitäter im Vereinigten Königreich. Und das sind dann Verschwörungstheorien, die Menschenleben gefährden können. Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Wissenslücken zu schließen, um das gefährliche Spiel mit der Unwissenheit zu verhindern. Denken wir also lieber darüber nach, wie wir dem Virus Herr werden und nicht über irgendwelche dubiosen Entstehungsgeschichten. Das Virus kennt keine Nationalität, aber es ist aktiv und es muss gestoppt werden. Wie müssen wir vorgehen, um möglichst gleichzeitig gegen die Viren vorzugehen und gegen das gefährliche Geschäft mit der Unwissenheit, damit beide wirkungslos bleiben? Es gibt nur eine Antwort, mit Zahlen. Wir brauchen bessere und genauere Informationen, um das Risiko einschätzen zu können. Und das war von Anfang an das Problem. Wie gehen wir mit den vielen verschiedenen Zahlen um? Mitte März führt Deutschland umfangreiche Kontaktverbote ein. Doch waren die Maßnahmen richtig? Auf welcher Grundlage hat man entschieden? Die Reaktionen anderer Länder waren durchaus unterschiedlich. In China waren die Maßnahmen weit drastischer. Allerdings habe das Land zu spät reagiert. Die Pandemie so erst ermöglicht, lautet ein Vorwurf. In Südkorea hingegen, wo die Regierung schnell handelte, ließ sich die Ausbreitung rasch eindämmen, ohne das öffentliche Leben völlig stillzulegen. Ganz anders in den USA. Noch Ende Februar hält Donald Trump das Virus für harmlos. Erst später wird er eines Besseren belehrt werden. In Schweden bleibt es bisher dennoch beim Sonderweg. Hier sind Gastronomie und Handel weiterhin offen. Als die Bundesregierung Mitte März vor der Frage stand, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erforderlich sind und wie groß das gesundheitliche Risiko tatsächlich ist, war die Datenlage dafür eher dürftig. Welche Zahlen konnten als Orientierung dienen? Zwei Werte sind entscheidend. Die Reproduktionszahl R. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Erkrankter durchschnittlich ansteckt. Zum Beispiel zwei. Und ist damit ein Maß dafür, wie schnell sich die Krankheit ausbreitet. Und die Letalität. L. Sie beschreibt, wie viele Infizierte an der Krankheit sterben. Zum Beispiel drei von 100, also drei Prozent. Klingt einfach. Doch die Bestimmung dieser Werte ist alles andere als leicht. Vor allem die Zahl der Infizierten ist fehlerbehaftet. Anfangs gibt es oft zu wenige Tests, um jeden Verdacht zu prüfen. Zudem könnten manche Infizierte nur milde Symptome entwickeln und sich deshalb gar nicht erst testen lassen. Schätzungen zufolge könnten mehr als 80 Prozent der Infektionen unerkannt bleiben. Da die Zahl der Verstorbenen sicher bekannt ist, wäre die Letalität tatsächlich niedriger. Das Virus weniger tödlich als bislang angenommen. Und auch die Reproduktionszahl wird durch die Dunkelziffer verfälscht. Bleiben viele Infektionen unerkannt, ist die ermittelte Reproduktionszahl R zu niedrig. Wird auf einmal viel getestet, steigt R. Auch wenn sich die wahre Ausbreitungsdynamik nicht verändert hat. Die Entscheidung, was zum Schutz der Bevölkerung zu tun ist, fußt daher auf Ungewissheiten. Nur eines war allen Politikern von Anfang an klar. Ein plötzlicher Anstieg der Neuinfektionen wäre zumindest ein Alarmzeichen. Als Anfang März die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland zu steigen beginnt, zeigen Prognosen die mögliche Entwicklung. Würde nichts unternommen, könnten innerhalb weniger Wochen Millionen Menschen erkrankt sein. Doch wie weit konnte man den Daten und damit den Prognosen trauen? Und was bedeutete das für die Entscheidung, was zu tun sei? Den Ausschlag gaben schließlich wissenschaftliche Erkenntnisse jenseits dieser Daten. Da das Virus neuartig ist, gibt es keine Grundimmunität. Die Ausbreitung wird daher durch nichts gebremst. Studien zeigten zudem, dass sich das Virus in den oberen Atemwegen vermehrt. Das bedeutet, es wird leicht übertragen und kann sich damit schneller verbreiten als zuvor vermutet. Außerdem können auch Infizierte ohne Symptome ansteckend sein. Und dass selbst die pessimistischsten Prognosen wahr werden könnten, zeigte der Blick nach Italien. Allein am 13. März wurden hier mehr als 5000 Neuinfektionen und über 400 Todesfälle gemeldet. Es galt trotz aller Unsicherheiten in den Zahlen, eine unkontrollierte Ausbreitung in Deutschland zu verhindern. Die getroffenen Maßnahmen waren erfolgreich. Das Virus scheint sich nur noch langsam auszubreiten. Wie sich die ersten Lockerungen auswirken, muss sich noch zeigen. Die Dunkelziffer ist noch immer nicht ausreichend bekannt. Die Bewertung der Lage bleibt schwierig. Handeln bei großer Unsicherheit. Solche unklaren Situationen verursachen Angst, Stress und Depression. Was soll ich tun? Jeder Schritt ist ein Experiment, ein Vorstoß ins Unbekannte. Und deshalb müssen unsere Lockerungsmaßnahmen einfach sein. Sie müssen transparent sein, überprüfbar sein, damit wir sie einfach wieder zurücknehmen können. Denn wir müssen die Infektionszahlen im Griff behalten. Wir dürfen nicht die Kontrolle verlieren. Und das mit einer Gesellschaft, die solche Belastungen überhaupt nicht kennt. Am liebsten, jetzt mal ehrlich gesagt, hätten wir doch Just-in-Time-Konzepte. Genau, einen Plan, der uns ganz genau sagt, was, wann, wie und wo gelockert werden kann. Aber ob diese Maßnahmen erfolgreich waren, das erfahren wir ja erst hinterher. Und währenddessen hat sich das Virus womöglich immer weiter ausgebreitet. Also auch hier das Mantra der Wissenschaft, wir brauchen Daten, Daten, Daten. Und die gute Nachricht ist, es gibt ein Lichtstreif am Horizont. Um einem Virus auf die Schliche zu kommen, das sich in vielen, vielleicht sogar den meisten Fällen unbemerkt weiter verbreitet, braucht es neue Forschungsansätze. Die spannende Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer? Seit kurzem gibt es neue Methoden, die große Unbekannte aufzudecken. Antikörpertests. Sie unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt vom Virusnachweis. In solchen Testzentern wird geprüft, ob eine Person gerade jetzt mit SARS-CoV-2 infiziert ist. Das Virus zeigt sich zwei bis drei Tage nach der Ansteckung in der Rachenschleimhaut. Maximal zwei Wochen lang kann man das Virus dort nachweisen. Bei abklingender Infektion, nach etwa zehn Tagen, findet man dann Antikörper im Blut. Und diese sind dort über mehrere Monate nachweisbar. Während der Virusnachweis also nur die Gegenwart zeigt, ist der Antikörpertest ein Blick in die Vergangenheit. Er findet alle, die bereits infiziert waren, ob mit Symptomen oder ohne. Und er erlaubt auch einen Blick in die Zukunft, denn wer Antikörper besitzt, ist vermutlich erst einmal immun. Langzeitstudien mit repräsentativen Stichproben sollen nun Licht in die Dunkelziffer bringen. Eine der größten ist in München angelaufen. Seit Anfang April untersuchen Forschende der Ludwig-Maximilians-Universität 3000 zufällig ausgewählte Haushalte mit etwa 5000 Personen. Das Blut der Probanden wird im Abstand von mehreren Wochen über ein Jahr getestet. Ein gelbes Leuchten in den Proben vermittelt, die Person war infiziert. So will man herausfinden, wie viele Menschen schon gegen SARS-CoV-2 immun sein könnten. Der Ort Gangelt im Kreis Heinsberg. Hier machte eine Antikörperstudie der Universität Bonn Schlagzeilen. Von über 900 zufällig ausgewählten Testpersonen hatten bereits 15,5 Prozent Antikörper gegen SARS-CoV-2. Das sind etwa fünfmal mehr, als die hier gemeldeten Infizierten. Gangelt ist ein Sonderfall. Hier infizierten sich viele Menschen bei einem Karnevals-Event. Eine hohe Durchseuchung ist daher vorstellbar. Doch unterschiedliche Regionen in Deutschland sind vom Infektionsgeschehen unterschiedlich betroffen. Besonders jetzt, am Anfang der Pandemie, haben alle Antikörpertests mit einer gewissen statistischen Verzerrung zu kämpfen. Denn sie liegen nie 100 Prozent richtig. Beträgt die sogenannte Spezifität 98 Prozent, bedeutet das, dass zwei von 100 Testpersonen irrtümlich als immun erscheinen. Diese Fehlerquote hat Folgen. Nehmen wir an, ein Prozent der Bevölkerung wäre bereits infiziert gewesen. Dann gäbe es unter 100 Menschen gerade mal einen, der Antikörper gebildet hat. Zusammen mit den zwei fehlerhaft positiven macht das drei positive Ergebnisse. Zwei davon sind aber falsch. Das sind ganze 66 Prozent. Gerade jetzt, wo die Zahl der Infizierten vermutlich noch gering ist, braucht es daher eine zusätzliche Überprüfung der Testergebnisse. Das Hochsicherheitslabor der Bundeswehr. Hier ist man spezialisiert auf Methoden, welche genau diese Fehlerquellen ausschalten. Die als positiv gemeldeten Blutproben durchlaufen hier einen Neutralisationstest. Dazu gibt man Viren hinzu. Nach drei Tagen das Ergebnis. In den Proben, die tatsächlich Antikörper enthielten, machen diese das Virus unschädlich. Die gesunden Zellkulturen zeigen sich in lila. In den leeren Röhrchen hat das Virus die Zellen abgetötet. Diese Proben enthielten keine Antikörper, sie waren falsch positiv. Anfang Juni sind erste Ergebnisse aus der Münchner Studie zu erwarten. Und damit ein klareres Bild von der Dunkelziffer. Die Schätzungen der Forscher, der Anteil der Menschen mit Antikörpern liegt im niedrigen einstelligen Bereich. Die Größenordnung macht deutlich, wir stehen noch am Anfang der Infektionswelle. Ich begrüße Frau Prof. Ulrike Protzer aus München. Frau Protzer, als Virologin gehören Sie ja jetzt quasi zur Mannschaft des Orakels von Delphi. Alle warten auf die Antwort. Stehen wir etwa wirklich erst am Anfang der Epidemie? Ist das so? Nach Wochen? Das ist so. Aber das ist kein Orakel. Das sind Daten. Denn als Wissenschaftler sind wir dazu da, Daten zu erheben, Daten zu interpretieren, aber keine Meinungen von uns zu geben oder zu orakelen. Ja, aber in der Tat hoffen ja eigentlich viele drauf, dass man aus den Daten mehr herausholen könnte, als nur das, was drin ist, was ja die Aufgabe der Wissenschaft ist. Und das ist natürlich auch für Sie ja auch ganz schwer, diese Erwartungshaltung eben entsprechend auszahlen. Zumal es ja auch immer wieder Meldungen gibt, es gäbe schon eine große Immunität, sagen die einen, dann sagen die anderen, nein, die gibt es noch nicht. Wie ist denn die Lage, wenn ich mal so fragen darf? Also lassen Sie uns einfach auf die Zahlen schauen. Die Zahlen sagen, zumindest die ersten Zahlen von dem, was wir haben in Deutschland, das ist noch ein bisschen unsicher, dass wir zwischen ein und zwei Prozent Antikörpernachweise haben. Das ist noch nicht wahnsinnig viel. Das heißt, 98 Prozent haben noch keine, also die können noch gar nicht geschützt sein. Ob die zwei, ein bis zwei Prozent vollständig geschützt sind, das müssen jetzt vertiefte Studien einfach noch zeigen. Da gibt es, glaube ich, eine gute Chance, aber gesichert ist das noch nicht. Das heißt also, mit den Antikörpertests kann man erstmal rausfinden, ob jemand schon mal erkrankt ist oder nicht. Oder kann man damit auch herausfinden, ob jemand, wenn er erkrankt war, er oder sie erkrankt war, dann auch immunisiert ist gegen die Krankheit? Man kann erstmal herausfinden, hat er Kontakt zu dem Virus gehabt, hat das Immunsystem reagiert. Und dann bildet man verschiedene Antikörperklassen, IgM relativ kurz danach, IgG dann längerfristig. Das sagt einem so etwa, wann war das. Das sagt aber noch nicht, gegen welchen Teil des Virus sind diese Antikörper gerichtet und schützen sie uns denn wirklich. Dazu muss man dann tiefere Analysen machen, muss schauen, gibt es wirklich Antikörper gegen die Oberfläche des Virus. Denn nur die können ja das Virus sofort fangen, wenn es dann in den Körper reinkommt und können es neutralisieren, wie wir sagen. Und dazu braucht es dann ein bisschen tiefere Studien als jetzt nur die Bestimmung von Antikörpern mit einem ELISA oder mit einem Test. Also steht ja die Öffentlichkeit immer wieder vor den Nachrichten, es gibt einen neuen Antikörpertest und es gibt ja auch schon Antikörpertests, die jetzt seit Wochen verwendet werden. Wie ist denn da die Lage, wenn da jetzt ein neuer Test auf den Markt kommt, wie kann man denn das überprüfen, wie der im Vergleich zu den anderen Tests dann in seiner Qualität ist? Also jeder Hersteller prüft natürlich seinen Test erstmal, bevor er ihn auf den Markt bringt und muss diese Zahlen auch vorlegen. Aber die sind ja dadurch bestimmt, welche Population nehme ich für die Testung. Das heißt, was man machen sollte, ist, dass man dann diese Tests nimmt und mit einem Satz an Testseren mal vergleichend untersucht und sich anschaut, für welches hat denn der eine und für welches hat der andere Test eine Stärke. Und dann kann man auch sagen, wofür man welchen Test wirklich am besten einsetzen kann und welche Parameter erfüllt er. Und dann gibt es ja neben den Tests, gibt es ja diejenigen, die getestet werden. Und das macht ja auch einen großen Unterschied, ob man so einen Hotspot wie Heinsberg zum Beispiel untersucht oder ob man eben in der Fläche untersucht. Wie kann man das einigermaßen einschätzen? Je höher der Prozentsatz derer ist, die die Infektion schon hatten, umso einfacher ist es, so einen Antikörpernachweis zu entwickeln und auch zu verwenden. Also wenn ich schon mal 15, 20 Prozent habe, die die Infektion hatten, dann fühlt der eine, der falsch positiv ist, fällt ja nicht mehr so ins Gewicht. Wenn ich aber jetzt in die Breite gehe und das tue ich in Deutschland, wo wir, wie gesagt, nur ein bis zwei Prozent wahrscheinlich haben, dann macht halt jeder Falsche unheimlich viel aus. Also das heißt, die Herdenimmunität ist eigentlich tatsächlich in diesem Sinne noch ein Fremdwort. Das ist noch sehr, sehr weit weg von der aktuellen Wirklichkeit. Egal mit welchem Test wir schauen, ist die Herdenimmunität noch sehr, sehr weit weg. Weil das würde ja heißen, 60 bis 70 Prozent müssten das Virus schon mal gesehen haben oder dagegen immun sein. Und bei ein bis zwei Prozent ist das natürlich noch ein riesiger Weg. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Immunität, das wäre eine Lösung, aber eben nur eine Zwischenlösung. Und die dauert. Bis dahin brauchen wir wenigstens Medikamente für die Behandlung der Kranken. Und wegen des SARS-Corona-2-Virus laufen die Wissenschaftsmaschinerien auf Hochtouren. Eine davon hatte vor über 100 Jahren ihren Anfang genommen. Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts. Der Arzt Emil von Behring macht eine bahnbrechende Entdeckung. Er findet eine Möglichkeit, Erkrankte mit dem Blut von Tieren zu heilen. Behring erkennt, dass der Körper bei einer Infektion mit Diphterieerregern Substanzen bildet, welche die Giftstoffe des Erregers neutralisieren. Das Blutserum von Pferden, die er vorher mit den Krankheitskeimen infiziert hat, setzt er als Arzneimittel ein und behandelt damit auch schwer an Diphterie erkrankte Kinder. Für die Blutserumtherapie erhält Emil von Behring 1901 den ersten Nobelpreis für Medizin und geht als Retter der Kinder in die Medizingeschichte ein. Jetzt ruhen die Hoffnungen der Forscher auf dem Blut von Menschen, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben. Das Prinzip dahinter so einfach wie genial. Während einer Infektion mit SARS-CoV-2 bildet das Immunsystem Antikörper gegen das Virus. Nach überstandener Krankheit lassen sich diese Antikörper für Erkrankte gewinnen. Die wertvollen Abwehrstoffe finden sich im Blutplasma. Die Idee dahinter, das Immunsystem schwerstkranker durch die Antikörper von Genesenen zu unterstützen. Einsätze des Verfahrens in der Vergangenheit geben Hoffnung, dass es funktioniert. Schon bei der spanischen Grippe 1918 konnte durch eine solche Behandlung die Sterblichkeit gesenkt werden. Das ermittelten Forscher rückblickend aus den Daten von 1700 Patienten. Auch bei der SARS-Pandemie 2002 zeigte eine Untersuchung, dass die Sterblichkeit bei Patienten mit Plasmatherapie gegenüber der allgemeinen Mortalität geringer war. Und beim Kampf gegen Ebola, wie hier 2014, wird die Behandlung immer wieder mit sporadischen Erfolgen angewandt. Doch um statistisch gesicherte Aussagen über Wirksamkeit und Verträglichkeit der Therapie zu treffen, benötigt es viel mehr belastbare Daten. Auch für den Einsatz bei Covid-19 stehen die Untersuchungen noch ganz am Anfang. Erste Anwendungen scheinen zwar erfolgversprechend, doch die Fallzahlen sind bisher zu gering. Nun soll eine erste kontrollierte klinische Studie in Deutschland an über 20 Einrichtungen den statistisch belegbaren Wirkungsnachweis bringen. Zehn Monate lang werden dazu Daten an über 100 Patienten erhoben. Eine der größten Hürden sehen Forscher jedoch bei den Spendern. Denn es reicht nicht, eine starke Immunantwort zu entwickeln und damit eine ausreichende Menge an Antikörpern. Es ist nicht sicher, ob alle Genesenen auch die richtigen Abwehrstoffe entwickeln. Antikörper haben unterschiedliche Aufgaben. Manche docken an Viren an, markieren sie oder verklumpen die Erreger und machen sie für Immunzellen als Feinde erkennbar. Andere verhindern das Eindringen in die Zellen, da sie direkt an dem Protein ansetzen, mit dem die Viren in die Zellen einbringen. Diese sogenannten neutralisierenden Antikörper bekämpfen das Virus besonders effektiv. Forscher müssen im Vorfeld der Anwendung die Spender mit den besonders effektiven Antikörpern im Blut identifizieren. Wenn genügend Plasma mit den richtigen Antikörpern zur Verfügung steht und die Wirksamkeit in den laufenden Studien bewiesen wird, könnte die Therapie gegen schwere Krankheitsverläufe zum Einsatz kommen. Es wäre eine Chance, Zeit zu gewinnen, bis ein Impfstoff gefunden ist. Was wir hier vor uns haben, das sind die Expeditionen in den Himalaya der Heilkunst. Klar, die Plasmatherapie ist kein Ersatz für einen Impfstoff. Das wäre die wirkliche Lösung. Aber immerhin. Weltweit werden fast 90 Ansätze erforscht. Und auch in Deutschland hat in den letzten Tagen eine erste Studie an Menschen begonnen. Und wenn ich das mal so sagen darf, in den Laboren brennt auch nachts das Licht. Denn es gibt noch viel mehr Ideen jenseits des Impfstoffes. München, Klinikum Schwabing. Hier und in sieben weiteren Kliniken in Deutschland testen Ärzte einen Wirkstoff gegen Covid-19. Die Studie an Patienten soll zeigen, ob die Substanz Remdesivir den Krankheitsverlauf beeinflusst. Sie wurde schon gegen Ebola getestet, aber nicht als Medikament zugelassen. Remdesivir ist einer von mehr als 80 Wirkstoffen, die weltweit gegen Covid-19 geprüft werden. Daneben erhofft man sich einen zeitlichen Vorteil bei Medikamenten, die schon gegen andere Krankheiten zugelassen wurden. Die WHO hat die sogenannte Solidarity-Studie initiiert. Tausende Covid-Patienten sollen teilnehmen, um eine breite Datengrundlage zu gewinnen. Neben Remdesivir im Test, die Malariamittel Chloroquin und Hydroxychloroquin und das HIV-Kombipräparat Lopinavir und Ritonavir. Ergänzend will man die Wirkstoffe in der europäischen Discovery-Studie an 3200 Patienten erproben. Es gibt generell nur wenige Medikamente gegen Viren. Es liegt an einer Besonderheit. Im Unterschied zu anderen Krankheitserregern haben Viren keinen eigenen Stoffwechsel. Corona-Viren hier gelb, kapern Zellen hier grau und programmieren deren Stoffwechsel für die eigene Vermehrung um. Viren anzugreifen, ohne die Zellen eines infizierten Menschen zu schädigen, ist daher schwierig. Beim Corona-Virus sehen Forscher jedoch mögliche Angriffspunkte im Vermehrungszyklus. Das Virus dockt dann eine Zelle an und schleust sein Erbgut ein. Die Zelle stellt dann unter anderem ein Enzym her, welches das Viren-Erbgut kopiert. Und ein weiteres, das Viren-Bausteine zuschneidet. So entstehen Mengen neuer Viren. Mit den verschiedenen Wirkstoffen testet man nun, an welcher Stelle sich dieser Zyklus stoppen ließe. Chloroquin erhöht den pH-Wert und verhindert dadurch womöglich das Eindringen des Virus. Lopinavir blockiert das Enzym, welches die Bausteine herstellt. So die Hoffnung. Remdesivir hemmt das Enzym, welches das Erbgut kopiert. Zumindest im Labor. In Zellkulturen bremste Remdesivir die Vermehrung des Coronavirus vergleichsweise stark. Ebenso Chloroquin. Doch auf eine Wirksamkeit im Menschen lässt sich daraus noch nicht schließen. Im Münchner Klinikum Schwabing, wie in rund 180 Kliniken weltweit, testet man Remdesivir an Covid-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich der Zustand von Patienten verbessert. Laut vorläufige Ergebnisse einer US-Studie erholten sich Covid-Patienten mit Remdesivir durchschnittlich vier Tage schneller als Patienten, die ein Placebo erhielten. Noch ist die Datenlage unsicher. Aber in den USA wurde nun der begrenzte Einsatz gegen Covid-19 genehmigt. Die Suche geht weltweit weiter. Experten gehen davon aus, dass man mehrere verschiedene Medikamente gegen die Erkrankung brauchen wird. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Übrigens, sorgfältige Wissenschaft ist zu langsam. Für die Politiker, die sich für ihre Entscheidung eine sichere Datenlage wünschen. Andererseits, Entscheidungen müssen getroffen werden. Ob sie aber richtig waren oder nicht, das stellt sich ja immer erst hinterher heraus. Und das zeigt auch ein Satz von Sören Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, der mal sagte, das Leben kann nur rückwärts bewertet werden, muss aber nach vorne gelebt werden. Das war im 19. Jahrhundert, da stand man Epidemien noch völlig schutzlos gegenüber. Wir heute, wir haben ganz andere Optionen, aber auch unsere Maßnahmen, die zeigen ihre Richtigkeit eben immer erst hinterher. Und wir in Deutschland? Wir können uns ja aber Glück wünschen. Wir haben ja gezeigt, wie man ein sehr gutes Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren kann. Hut ab. Aber für den nächsten Schritt, da heißt es, kühlen Kopf bewahren. Kühlen Kopf bewahren, auch dann, wenn Gesellschaft und Politik an die Türen der Wissenschaft kochen und nach neuen Erkenntnissen rufen, damit alles ein bisschen lockerer wird. Die Kraft unserer Forschungsinstitute ist groß, aber die Aufgabe, vor der sie stehen, ist es auch. Und diese Aufgabe ist komplex und kompliziert, denn es geht um Erfolgsrezepte der Natur, die sind uralt. Und die waren immer sehr erfolgreich. Das Reich der Viren hat immer sehr erfolgreich agiert und vor allen Dingen ohne Zeitdruck. Ihm kommen wir nur mit Nüchternheit, Sorgfalt und Geduld auf die Schliche. Hier ist Zeit nicht Geld, sondern die Lösung. DER 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 D